Bei Shift Aber Gear geht es um die Erhöhung des Anteils weiblicher Führungskräfte in oberen Management-Positionen. Hier haben wir uns in unserer Strategie 2025 zum Ziel gesetzt, diesen Anteil auf 30 Prozent zu erhöhen. Die Teilnehmerinnen selber, die natürlich eine ganz enorme Wertschätzung empfunden haben durch die Aufmerksamkeit, die dieses Programm, diese Initiative ihnen entgegengebracht hat. Sie haben sehr viele Impulse gewonnen und die eine oder andere Kollegin ist über die Initiative auch natürlich an interessante, neue, weiterführende Aufgaben gekommen. Talente wachsen natürlich von unten nach und deswegen wollen wir die Shift Aber Gear Initiative auch für untere Führungsebenen implementieren und einsetzen.